Musik Vom Kopf zum Bild und zurück ist der Titel einer Ausstellung im Kunstquartier Bethanien in Berlin-Kreuzberg im Februar 2019. Warum machen wir überhaupt Bilder? Es gibt doch genug. Sie sind allgegenwärtig um uns herum in unseren Handys, auf unseren Tablets, manchmal noch in Alben geklebt. Auf der Straße, in Galerien, in sozialen Netzwerken, in allen Medien und in unseren Köpfen. Ganz besonders in unseren Köpfen, da lagern sie, sollen erinnert werden oder wollen heraus. Jetzt sofort oder doch erst morgen? Vielleicht ist dann das Licht schöner, die Wiesen grüner, der Himmel weiter und ganz bestimmt nehme ich mir die Zeit dafür. Jetzt ist morgen und alles so, wie ich erhofft hatte. Es kann endlich losgehen. Aber wo finde ich das, was gestern noch so stark in meinem Kopf pulsierte? Wo ist es, dieses Bild? Dieser Frage wollen wir nachgehen in der Ausstellung, die wir am 8. Februar eröffnen. Und dazu laden wir euch recht herzlich ein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.